Hi Leute, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich dir wieder Technikprodukte für den kleinen Geldbeutel vorstellen, das heißt Produkte, die unter 50 Euro kosten und für den ein oder anderen Geek bzw. Nerd interessant sein dürften. In diesem Video wird es ein Orki Spezial geben, da mich das Unternehmen freundlicherweise mit einigen Produkten ausgestattet hat. Im Anschluss könnt ihr noch eines dieser Produkte gewinnen, indem ihr einfach euer Wunschprodukt in Form eines Kommentars unterhalb dieses Videos schreibt. Als erstes schauen wir uns den Multiport USB-C Hub an. Dabei handelt es sich um eine kleine Dockingstation, die mit Abmessung von 102 mm in der Länge, 58 in der Breite und 18 mm in der Decke überall problemlos verstaut werden kann. Mit einem Preis von etwas mehr als 50 Euro bietet dir dieser Hub zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für alle Arten von Geräten oder auch Medien. Zum einen sind zwei USB-3.0-Ports, ein Ethernet-Anschluss und USB-Typ-C-Anschluss zu finden. Auf der anderen Seite geht es mit einem VGA und vollwertigen HDMI-Anschluss weiter. Über VGA können Videos mit maximal 1080p über den HDMI-Port sogar bis zu 4K und 30fps ausgegeben werden. Zu beachten ist hier, dass bei doppelter Belegung immer der HDMI-Port Vorrang besitzt. Die Verbindung zwischen Hub und Notebook, in diesem Falle mit dem Matebook X, wird über einen USB-Typ-C-Stecker realisiert. Da das gesamte Gehäuse aus Aluminium gefertigt wurde, fühlt sich dieses Teil nicht nur extrem hochwertig an, es ist dementsprechend auch absolut robust. Als nächstes möchte ich euch eine 20.000 mAh starke Powerbank vorstellen, die die genaue Bezeichnung PB-N36 trägt. Mittels dieses Monsters könnt ihr zum Beispiel euer iPhone 7 zwischen 4-5 Mal aufladen, ohne jemals eine Steckdose aussuchen zu müssen. Von daher perfekt für Outdoor-Einsätze geeignet. Die Abmessungen dieser Powerbank betragen 150 mm in der Länge, 83 in der Breite und 21 mm in der Dicke bei einem Gewicht von 385 Gramm. Auf der Oberseite dieses Akkus ist der Powerbutton zu finden, der euch durch verschiedenfarbige LED zusätzlich den Ladestand anzeigt. Leuchtet die LED rot, beträgt die Restkapazität bis zu 30%, bei grün bis zu 70% und bei einer weißen LED sind mehr als 70% Kapazität vorhanden. Auf der Kopfseite der Powerbank befinden sich zwei USB-Ports zum Laden eurer Geräte, sowie ein Micro-USB- und Lightning-Anschluss zum Laden der Powerbank. Eigentlich selbst erklärend, dass mit diesen Anschlüssen die Powerbank zwei Geräte gleichzeitig laden kann. Hinzu kommt noch eine kleine Taschenlampe, die durch langes Drücken des Powerbuttons gestaltet wird. Preispunkt hier 22 Euro. Beim dritten Produkt möchte ich euch einen Bluetooth-Receiver für euer Auto zeigen, der mit einem Preis von unter 20 Euro für jedermann erschwinglich ist. Im Lieferumfang befinden sich zum einen eine runde Steuereinheit mit ca. 170 cm langem Kabel, das an den Enden über einen 3,5 mm Klinkenstecker sowie einen USB-Stecker verfügt. Als weiteres gibt es noch einen herkömmlichen 12-Volt-Stecker, der für die 12-Volt-Steckdose in eurem Auto gedacht ist. Für die Installation steckt ihr genau diesen Stecker ins Auto, verbindet den USB-Stecker der Steuereinheit mit dem 12-Volt-Stecker und verbindet im Anschluss den Klinkenstecker mit dem AUX-Eingang eures Radios. Nun könnt ihr per Bluetooth und eine Reichweite von bis zu 10 Metern Musik drahtlos auf eurem Radio- oder Navigationssystem abspielen. Über die Steuereinheit ist es möglich, die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, Lieder vor- oder zurückzuskippen sowie Telefonate anzunehmen. Auch die Telefonie an sich funktioniert hierbei komplett drahtlos, sodass ihr eure Hände am Steuer lassen könnt. Als nächstes möchte ich euch einen Turbocharger mit Qualcomm's Quick Charge 3.0-Technologie vorstellen. Aber nicht nur dieser super schnelle Standard wird unterstützt, sondern auch Quick Charge 2.0 und adaptives Laden. Damit könnt ihr den Charger nicht nur für absolute High-End-Smartphones nutzen, auch iPhones und günstige Android-Smartphones werden unterstützt. Je nachdem, welchen Standard euer Smartphone unterstützt, wird das entsprechende Gerät bis zu 45% schneller geladen. Die Ausgangsleistung reicht von 3,6 Volt und 3 Ampere bis hin zu 12 Volt und 1,5 Ampere. Durch eingebaute Sicherheitsmechanismen werden Geräte vor übermäßigem Stromfluss, Überhitzung oder Überladung geschützt. Hinzu kommt noch, dass die Ausgangsleistung individuell auf euer Smartphone oder sonstiges Gerät abgestimmt wird. Als letztes möchte ich euch einen Bluetooth-Audio-Empfänger vorstellen, der aus euren analogen Lautsprechern smarte Boxen macht. Im Lieferumfang befindet sich der Bluetooth-Empfänger an sich, ein USB-Kabel für die Stromversorgung, sowie ein 3,5 mm Klinken auf Cinch und 3,5 mm auf 3,5 mm Klinkenkabel. Die Nutzung dieses Bluetooth-Empfängers ist denkbar einfach. Auf der einen Seite 3,5 mm Klinke in den Empfänger, entsprechendes gegenüber in die Boxen, es sei es Klinke oder auch Cinch. Beim 3- bis 4-sekündigen Drücken des Multifunktionsknopfes auf der Oberseite, wird der Empfänger ein- oder ausgeschaltet. Haltet ihr genau diesen Knopf 7 Sekunden gedrückt, wird der 3-minütige Pairing-Modus aktiviert. Nun könnt ihr euer Smartphone oder Tablet mit dem Audio-Empfänger koppeln und Musik drahtlos über die Boxen abspielen. Da der Empfänger über ein eingebautes Mikrofon verfügt, kann auch ganz bequem mittels Freisprechanrichtung telefoniert werden. Und damit bin ich auch schon am Ende der Vorstellung meiner Technik-Gadgets aus dem Juli 2017, in diesem Falle mit einem Orki-Spezial. Hier erfolgt nochmals der Hinweis, dass ihr ein Produkt gewinnen könnt, indem ihr einfach einen Kommentar unterhalb dieses Videos mit eurem Wunschartikel hinterlasst. An dieser Stelle bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben verpasst, es mit euren Freunden teilt und auch den Kanal abonniert. Bis dahin, macht's gut und ciao!